Es funktioniert nicht! Sie wachsen wieder nach, Leute! Es ist schlimmer, als ich dachte. Wir müssen zur Quelle des Übels. Das muss es sein. In der Tat! Ich bin die Quelle! Ich bin Wissen! Noch Bauernscheue! Dann hast du sie zur Spielverderberin gemacht! Ja, das habe ich! Und wenn ich mit ihr fertig bin, ist sie eine... ...hundertprozentige Spielverderberin! Nur über meine Leiche! Zeit, let's go! Unvergibt sich prozent aller Raketen, falls nicht die einzige... Wofür wusste sie das? Laser, oder...? Laser-Technologie ist nur nicht fortschrittlich genug, um echten Schaden anrichten zu können! Sie benutzen Zahlen und Fakten, um unsere Angriffe abzuwehren! Lasst mich gleich noch eine Lektion lernen! ... Ihr Wissen ist viel zu mächtig! Wir haben keine Chance! Das war der letzte Spaziergang! Wissen kann man nur mit Unwissenheit bekämpfen! Wie ins Spaziergang! Du gehst doch gerade gar nicht spazieren! Das ist eine Redewendung, ihr Idioten! Ich meinte, euch zu zerstören ist ein Kinderspiel! Ich spiele gern! Hast du auch die bunten Welle? Welle! 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 Ich versuch doch nur, meinen Worten etwas mehr Stil zu verleihen! Ihr macht zu viel Sinn um die Sache! Und wer hielt? Also belastet ihn lang! Es funktioniert! Sie ist geschwächt! Los! Feuer, Robert! Ich habe noch einen Fakt für dich! Die Titans gewinnen in 100% aller Fälle! Oh, wer ist das? Wie geht's dir, Star? Ich fühle mich, als ob tausend Klinkklopse auf meinem Kloptinup tanzen! Sie ist zurück! Oh ja! So!